Traino Kids Zehn Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Geschafft! Traino Kids Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, T, U, 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 T E, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Geschafft! Was hat der Drache da? Wow! Was hat hier der Drache? Er hat eine Brille an. Und hier hat er einen Koffer. Ein Herz. Eine Waage. Was er wohl wiegt? Luftballons. Bunte. In allen Farben. Pommes. Ein Hamburger. Eine Zahnbürste zum Zähneputzen. In Blau. Ein Fußball. Er rennt hinterher. Ein Glas zum Trinken. Was haben wir hier? Das ist Obst und Gemüse. Erdbeere. Tomate. Karotte. Banane. Und hier haben wir viele Bücher. Eine Kaffeetasse. Kaffeetasse. Und hier tut er gerade lesen. Der Drache mit einer Lesebrille. Oh, das ist aber viel zu eng sein T-Shirt, oder? Und da schlägt er gerade ein Eis. Ich habe hier. Ich habe hier. Oder wenn ich sie in ein Schild gesch Mercedes habe. Da läuft. Okay. verschneit. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020